. 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 Die Bühne gehört in beiden. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Meine Damen und Herren, Sie sehen, das ist mein Spezialfreund, die Igor. Wer sind wir da? In einer Castingshow. Dichst du sohnsinnig. Wir sind in einer Castingshow. Dichst du sohnsinnig? Ich nach sicher nicht in einer Castingshow mit. Aber wieso? Ja, ja, dichst du sohnsinnig. Aber hör mal, ich streike, ich gehe ins Streik. Siehst gut aus. Hör auf, hast du einen Unfall gehabt? Hör auf jetzt, wissen Sie gut jetzt. Hat keinen Unfall gehabt, du hast den Airdeckdus. Das ist kein Airbag, das ist ein Resonanzraum. Ja, du Sack, du weisst mal. Ja, gut. Also, ich gehe ins Streik. Wenn du gehst, du in den Streik, hättest dich einmal fest. Dann wartest du sicher nicht in die Stünke. Du wartest da unten, dann muss ich das halt allein machen. Da kommt ja schon wieder gut raus. Entschuldigung, meine Damen und Herren. Tun wir das einmal da vorne. Au! Entschuldigung, Entschuldigung. Voll Luftnuss, du Sack. Ja, ist gut jetzt. So. Herr Gress, wir müssen improvisieren. Werden Sie mal behilflich, wäre das möglich? Gerne, gerne. Darf ich Sie auf die Bühne bitten? Gerne. Ja, wir begleiten Sie mit einem Applaus, dann ist der Weg nicht soweit. Ich tut mir sehr leid, tut mir sehr leid. Darf ich Sie gleich mal? Guten Abend. Guten Abend, Herr Gress, freut mich sehr. Entschuldigung, darf ich die Damen da vorne auch schnell zu mir bitten? Kommen Sie auch mal schnell zu mir. Ja, wunderbar, sehr schön, sehr schön. Und jetzt machen wir das dritte, wir machen das Steigerung. Der Herr hat dreckig lacht, Sie kommen auch noch schnell zu mir. Darf ich Ihnen gleich auf die Bühne helfen? Wunderbar, das ist das Gesicht, das wir zeigen dürfen. Kommen Sie vorsichtig, wunderbar, ganz locker. Was Sie jetzt gesehen, das ist eine uralte Nummer von Buchrednern, aber wir machen die heute das dritte. Wir müssen das ein bisschen steigern. Darf ich mal schnell Ihres Handgelenk haben, um zu zeigen, wie das funktioniert? Wenn ich da drücke, Mund öffnen, wenn es schneller wird. Ich habe noch nicht gedruckt, das ist Ihr Puls, Entschuldigung, dann müssen Sie dringend kontrollieren. Gibt es noch eine Stimme? Achtung, alles klar? Ja. Gut, wunderbar. Das funktioniert? Ja, das geht sehr gut. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Gut, prima, sehr schön. So, Entschuldigung, haben Sie das auch drauf? Probieren wir mal? Ja. Herr Kress, ich weiß, Sie sind sehr belastbar. Darum machen wir mit Ihnen ein schwierigeres Experiment. Wir machen mit Ihnen eine Reise in Ihrer Vergangenheit in Ihr zartes Babyalter von einem Jahr. Aber zuerst mal die Technik machen wir mal so. Ja, sehr schön, sehr schön. Wenn ich Sie gefragt hätte, im zarten Babyalter von einem Jahr, wir sind heute mit dem Publikum zufrieden, hätten Sie uns gesagt, Achtung. Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, 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 Achtung. Das bin ich glich. Das geht schon grün. Da geht ins goose. Was singen Sie denn? Auf Wiedersehen. Was singen Sie denn? Auf Wiedersehen. Der Anfang. Was hören wir dann von hier? Äh, der Mitteltal. Wunderbar. Herr Kress, was gehen Sie zum Besten? Er ist auch noch textsicher, das ist super. Wir machen das folgendermassen. Sie zählen bis auf drei. Dann kann er anfangen, so wie kommt der nöt. Schön weit aufmachen, gell? Ja, ich hab's schon gecheckt. Ja, gut, prima. Die drei geht's los. Die drei geht's los. Die drei geht's los. Die drei geht's los. Ihnen auch, gell? Ja, 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 ja. Gut, prima. So, so. Wir probieren's. So. Mit Nammelhöre? Zwei. Wo noch? Zweieinhalb. 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 Der wird nervös. Nicht noch Frösti, nicht noch Frösti, nicht noch Frösti, nicht noch Frösti, nicht noch Frösti. Ganz ruhig kommt's schon wieder. Egal, was du heute geschluckt hast, nimmt man die Hälfte. Bist du gut? Und kauf nichts hinter dem Bahnhof, gell? Ja, 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 ja. Ja, brenn wir's ja sofort. Also, jetzt, wir haben ein Pferd. So, Entschuldigung. Wieder einmal. Kann ich jetzt endlich anfangen? Ja. Warum? Schiesst mich an davon. Es ist gut. Also, die drei geht's los. Die drei geht's los. Da auch, gell? Ja, gut. Also, wir müssen. Also, sind wir ready? 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 Zwei, gut. Zweieinhalb. Ja, ist gut jetzt. So, also. Auf Liederschein. Auf Liederschein. Es war so wunderschön. Ja, nein, euch, dein Nüchsten Laaal. Deine Liederschein. Da wird's noch. Da, 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 da. Was denn? Da, 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 da. Wunderbar. Das ist ihren Applaus. So, ich sieht drauf und wieder Platz. Da. Da. Ja. Das hat mir Spaß gemacht. Normalerweise ist immer Johnny auf der Bühne. Ich habe jetzt hier Platz genommen. Hat es Ihnen gefallen? Ja, sie waren grossartig. Und meine Kolleginnen und Kollegen. Grossartig, wirklich. Das macht einfach Freude. Das ist eine super Unterhaltung. Danke für das Lachen. Sehr gerne. Sehr gerne. Susanne. Wir haben jetzt das Ende mit dem Regress. Sehr gut. Ich muss sagen, das ist ja so, wie wenn man mit drei Kindern irgendwo einen Ausflug macht, ist es mir vorgekommen. So kontrollieren musst du die drei Personen, die du da interpretieren musst. Das hast du sehr gut gemacht. Das Handwerk ist sicher da. Roli, mal abgesehen davon, dass Krawatte mit Lederjocke einfach gar nicht geht. Aber eine geile Jacke ist... Er muss nicht extra für mich. Er kommt extra für mich. Nein, das ist gut. Mich hat es sehr unterhalten, was du da gemacht hast. Vor allem, es war erfrischend. Was du machst, ist kein neues Handwerk in diesem Sinn. Das gibt es lange. Aber ich finde, du hast es auf eine frische Art übergebracht. Auch hier mit Herrn Gress und den anderen Angestellten von dir. Aber du hast es geschafft, mich zu holen. Und ich glaube, ein Publikum zu holen. Und das ist schon mal wow. Danke. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Susanne, ja oder nein? Du hast sehr virtuos in den verschiedenen Stimmen gewechselt. Und darum gibt es ein grosses Ja von mir. Danke schön. Danke schön. Die Leute zum Lachen bringen ist brutal schwierig. Die Leute haben gelachen. Du hast es geschafft. Danke schön. Froli, mit oder ohne Krawatte? Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke schön. Danke schön. Jawohl, jawohl, jawohl!